Ein Grissbaum, ein Schlitten mit Geschenken wohlgemerkt. So, mit dem Schlitten holen wir jetzt das grinsende Kind ab, stecken es mitsamt dem Schlitten in die Hosentasche und schenken es dann dem armen Paar hier zu Weihnachten. Macht doch Sinn! So, gib her. Was haben wir hier? Den Snowman und einen Christmas-Daw. So, den Schneemann und das komische Bonbon hier, das gehört hier in die Tür. Wenn ich damit denke, dass wir mal den Geist der zukünftigen Weihnachten haben, dann möchte ich ein bisschen weinen. Aber ich meine, wir kommen jetzt eh ziemlich schnell durch. Ich sitze dreiviertel Stunde, wir sind fast an dem Punkt, wo ich gestern aufgehört habe, nach zwei Stunden. Also, ja. Es hilft, wenn man es vorher schon mal gespielt hat. Aber ich möchte es trotzdem. Also, ich weiß, meine Mama ist ja so eine, die mit Begeisterung Wimmelbildspiele spielt und ich spiele das selbe Spiel C-Moll. Also, jetzt nicht immer hintereinander, aber mit Pausen dazwischen. Könnte ich nicht. Das würden meine Nerven, glaube ich, eine Pip machen. Maske. Maske. Und ein Glas. Chicken Boots. Ups. Eine Feder. Ein Pumpkin. Ein Fächer. Eine Tasse, die eigentlich ein Pumpen ist, oder egal. Ein Apfel. Ein Buch. Und die Sonne. Die Sonne war... Da. Zumindest die Hälfte davon. Da unten war die zwei. So. Fertig. Jo, und damit nehmen wir jetzt die riesige Zuckerstange mit, mit der wir wohlgemerkt... Nein. Hier oben nicht das Ding runterholen können. Das geht nicht mit der Zuckerstange. Was wir aber mit der Zuckerstange machen können, war... Hier die Eiszopfen wegkauen. Ja. Und somit besuchen wir jetzt Tiny Tim. Ja. Der braucht wirklich dringend die Medizin, sonst stirbt er. Statt der Medizin kriegt er aber von uns... Erstmal einen Weihnachtsbaum. Ich sehe nur zwei Kerzen. Ich habe gerade vergessen. Ja. Hier so eine Mietekotze, wo die zwei Kerzen waren. Hier fehlt ein Sockel. Den hatte ich gestern aus irgendeinem Grund auch schon dabei, als ich hier war. Glaub ich. Ich weiß gerade nicht mal, wo ich den herhauerte, tatsächlich. My older sister Martha is working in Hattery. She's making heads stay in dark and we hardly ever see her. May her stay with us... May her stay with us at his Christmas Eve. Was? Hä? Macht keinen Sinn. I'm also tough for the family of Tim's sister Spencer. Waking hours out selling heads he must miss her. Das ist kein Englisch. Ich weiß nicht, was es ist, aber kein Englisch auf jeden Fall. Guck mal, das habe ich gestern gar nicht gesehen. Someone doesn't have a ribbon. Ah, die Schleife habe ich gestern gefunden. Ich habe mich noch gewundert, wo die hingehört. Jetzt weiß ich es. Ach ja, hier fehlt die Hälfte von... Ne, hier fehlt Tim's Amulett. Ich habe die Hälfte gestern schon gefunden. Ich weiß allerdings nur, wo. Ein Pinguin. Ich hatte gestern, ich hatte gestern, ich glaube fast 20 Pinguine. Ich weiß nicht, wo ich die heute alle übersehen habe. Aber hey, egal. Also muss ich ganz hart nachdenken. Weil ich nicht mehr weiß. Ach, hier war die Socke. Genau. Genau, genau, die Socke. Okay, alles klar. So. Socke und dann, weil wir so viel Zeit haben, die ganze Zeit, schlägt mal an und Tim's Namen drauf. Und dann fällt die vierte Kerze raus. Moment. Tim's Sister. Ach so. Ach, ich dachte, das wären Vater und Mutter hier. Martha und Peter, aber nee, das sind scheinbar die Geschwister. Okay, wo war denn jetzt die fünfte Kerze? Wenn ich das noch wüsste. Hier ist nur der kleine Zwerg noch. Ist natürlich noch nicht aufbekommen. Hier fehlen die Tasten, sonst ist hier nix. Da kann ich auch nochmal draufklicken. Hier ist auch nix mehr. Also außer er hier, ihm fehlt der Orden. Und den haben wir gerade nur drinnen kommen. Das Vögelchen will gefüttert werden. Das kann ich auch verstehen. Hier komme ich nochmal rein. Da ist noch ein Zwerg. Hier komme ich auch mit durch. Warte, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe es vergessen. Ich könnte auf der Karte nachgucken. Ihr seht das nicht. Da bin ich drüber jetzt. Aber hier links unten, man sieht ein bisschen seinen Kopf. Da ist der gute Scrooge. Und daneben ist die Karte. Und wenn ich die Karte öffne, dann sehe ich halt, wo auf der Karte ich was zu tun habe. Was mir meistens schon weiterhilft. Ich möchte aber jetzt eigentlich erstmal ohne Schummeln durchkommen. So, die Katze will Milch. Keine Ahnung, wo ich die Milch herkriege, die Milch tatsächlich. Vielleicht aus der Küche. Äh. Ciao. Ich freue mich, die fünfte Kerze. Nicht hier. Ich glaube, hier ist gar nichts mehr, oder? Hier ist immer Färtsch. Ich glaube, ich muss doch auf die Karte gucken. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr. Okay, ich habe hier irgendwas was sehen. Scheibenbar. Habe ich schon auf Tim geklickt? Ah. Ja, ja. Schöner wie hier mit dem Fieberthermometer hier. Naja, okay. Da war die fünfte Kerze. Ich weiß nicht, warum er sie in der Hand gehalten hat. Jetzt macht doch zu. So, jetzt Baum. Kerzen. Die Kette haben wir dazu gezaubert. Das ist der hässlichste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe. Und jetzt zünden wir den Anno-On, weil ich finde, das macht ganz viel Sinn. Und jetzt. Zack. Wieder eine gute Torte. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt taucht garantiert er wieder auf. Oh, der poor little tyke hat ein Fieber. Hier, das wird es runtergefallen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ein Miracle, sagt er tatsächlich, ich brauche mal drei. Komm, verzupf dich, damit ich hier weiterspielen kann. Ja. All we need our three winter miracles to break the icy spell. So, ja, mach weiter jetzt, bitte, danke. Wir haben den Schlüssel für die Hintertür von den beiden hier gekriegt. Warum mal immer der Geist der gegenwärtigen Weihnachten dabei hat. So, was gab's denn hier? Hier gab's musikalische Gartenzwerge. Den allen drei was fehlt. Dann gab's hier ein Büssbüss-Eichhörnchen. Was er lecker lieben möchte. Hier, dem Clown war die Fackel. Und hier war ein Hund und das halbe Amulett. Ich hoffe noch wie vorher, dass es einfach kein echter Hund ist. Ich hab's nicht rausgefunden. So weit bin ich gestern nicht gekommen. Also er sieht ziemlich versteinert aus. Ich hoffe einfach, dass Onkel Scrooge da in den, äh, in den Hund reinfährt. So. Jetzt. Fackel. Sind mal die Fackelmocken. Und machen dem hier Beine. So. Ja, ach ja, richtig. Ach ja. Ich weiß nicht, wer dieses unfassbar hässliche Kind ist, aber jetzt müssen wir das natürlich anretten. Ich hab noch herausgefunden, wie. Tatsächlich. Glaub ich. Bin ich jetzt ziemlich so weit, wie ich gestern war. Also ich hab nur hier drauf geklickt. Hier kommen wir die Szenen, äh, ein bisschen, ein bisschen weiter, wo ich noch. Hier kommen wir die Szenenwechsel. Ähm. Hier kann ich reingucken. Hier, der Metzger will natürlich Geld für Sorgons. Klar. Dafür klauen wir eben die Panflöte. Genau. Und die Panflöte kriegt der Zwerg hier. Dafür können wir von jemandem Pinguin, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. Aus. So. Rück. Ich hab noch eine komische Kugel hier. Was da immer das ist. Genau, da hab ich jetzt die Schleife gekriegt, von der ich, äh, ja. Und ich glaub, jetzt ist es immer so weit. Ab jetzt bin ich wieder blind. Ähm. Genau, weil ich wusste gestern, ich hatte keine Ahnung, was mit der Schleife anfangen soll. Jetzt weiß ich's, Gott sei Dank. Ich will immer da lang laufen statt hier lang. Nein, falsch. Genau, die fehlt nämlich dir. So, und jetzt? Ah. Hahaha, süß. Okay, ein Globe. Ein Dummy. Ein Hummer. It's all my time. Ein Umschlag. Teure. Teure. Ein Löffel. Oh, das weiße Kaninchen aus Alice im Wunderland. Ein Buch, ein Pinguin, den hab ich Quatsch gesehen. Ähm, ein Buch. Ein Basin. Der sieht aus einer Feuerblitz. Ähm, Tamburin. Eine Brille. Und eine Maske. So. Tamburin und Maske sind aber versteckt. Ah ne, die Maske ist einfach nur... So. Ging trotzdem relativ schnell. Ich schwöre, ich habe dieses Möbelbild noch nicht... ...gespielt. Warum habe ich denn jetzt Säure mitgenommen? Ich muss damit jetzt den Vogel füttern. Säure. Den bösen Metzger ins Gesicht schütten. Wofür brauche ich denn jetzt Säure? Äh. Säure. Okay. Ähm. Spring is perfect, as always. Das habe ich gestern schon verstanden. Wenn der doch perfekt ist... Ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier machen muss, tatsächlich. Da. Du Sack. Weiß ich uns dein ganzes nicht umsonst gibst. Wofür brauche ich denn jetzt Säure? Zack. Aus. Das muss ich nur öffnen, aber da fehlt ja eindeutig irgendwas. Und es ist nicht Säure. Ja, ja. Der Vogel. Eee. Snowdrops are the first sign that winter will finally give way to thaw. Butterflies are a sign that spring has come at last. Spring storms bring rainbows. A promise of peace. Aha. Die erste, der zu elfen Ohren gekriegt. Hier ist der Zwerg. Das kann ich hier nur draufklicken. Ich habe mich ja immer noch, warum ich auf die Mieze klicken konnte, aber okay. Unsere Mieze will Milch. Wir haben nur Säure. Das Ding, ja. Da fehlt halt die andere Hälfte noch. Woher? Äh. This requires a special key. Komm, wir ätzen den Schmutz weg. Der Seinkel. Ich weiß nicht, warum ich auf den Ofen hier nur klicken kann. Kotze. Und im Bett war ja... Im Bett, im Schlafzimmer war ja auch nichts mehr. Ach. Okay. Ich habe vergessen, dass es dieses Ding gibt. Entschuldigung. Das war... Da war ich jetzt tatsächlich, äh... Ja. Doof. Ja, ja. Ich dachte mir schon, dass ich... Ah, du Schnuff. Okay, wir haben einen Hund dabei. Mit dem Hund können wir jetzt die Tante da aus dem See retten. Weil ich finde, das macht schon Sinn. Das ist der komischste Hund, den ich jemals gesehen habe. Und wie kommen wir jetzt an den Schlüssel? Wir konnten nicht zu ihr ran, dann ist das Eis gebrochen. Aber den Schlüssel können wir uns jetzt holen. Oder mit unserem 5 Meter Arm. Okay. Ich weiß, es tut mir leid. Es passiert immer wieder, dass ich das Ganze mit Logik erklären möchte. Bis mir wieder einfällt, dass es keinen Sinn macht, das mit Logik erklären zu wollen. Das war... Hey, der Weihnachtsmann. Oh, hier ist voll cool. Oh Gott. Ich nehme alles zurück. Hier ist überhaupt nicht cool. Ähm. Erst mal irgendwas klauen. Nutcracker. I could use the leg on this toy. I just need a screwdriver. What a screwdriver. Hä? Ach, er hier oder wie? Okay. Oh. Okay. Hey, Sana. Hey, Sana. Ja, Mensch. Und deshalb steht er nur drumrum und grinst ziniel. Blue Button. Hä? Okay. Okay, okay. Aha. Okay. Er braucht einen Partner. Crawl 2 noch. Geht hier der Button? Was fehlt denn hier? Kann ich hier überhaupt draufklicken? Nö. Hier wird man gar nicht mitgeteilt, was ich machen soll. Aber hier fehlt einleitig irgendwas. Aber scheinbar kein Sauerknopf. Okay. Wir haben eine Schüssel für die Milch. Äh. Ich dachte eigentlich, hier wäre jetzt das Bimmelbild. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Smithinger Tour, ich verfinish the carving. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Pinsel braucht, der draußen beim Rotkirchen, bei der Rotkirchenmeise, ähm, beim Meisenkirchen ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht. 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 Ich bin ein bisschen enttäuscht.